Offenbar hatte Mr. Williams mal wieder vergessen, die Tür abzuschließen. Du weißt, dass ich dich sehr liebe, Karamia. Das weißt du doch, oder? Es wäre für mich eine schreckliche Vorstellung, wenn du irgendwann allein in einem Rollstuhl sitzen würdest und niemand dich im Pflegeheim besuchen käme. Mama, ich weiß deine Sorge, um mich sehr zu schätzen, wirklich. Aber ich muss jetzt weitermachen, wimmelte ich sie ab. Schon gut, ich verstehe. Ihre brüchige Stimme machte mir augenblicklich ein schlechtes Gewissen. Ich rufe dich morgen an, in Ordnung, schlug ich widerwillig vor. Denn vor Weihnachten waren die Gespräche mit meiner Mom doch sehr einseitig. Das Thema war immer das Gleiche, nur die Ausführung variierte. Mal vorwurfsvoll gekränkt, dann wieder besorgt traurig. Das Spektrum war überdurchschnittlich breit und dennoch, zumindest für mich, enorm eintönig. Mit einem »Ist gut« verabschiedete sie sich von mir. Mit einer Mischung aus Erleichterung und dem Gefühl, meine Mom enttäuscht zu haben, stellte ich den Hörer zurück in seine Station. »Wie immer?«, fragte Rachel mit Blick zum Telefon. Ich nickte. »Sie kann es einfach nicht lassen. Egal, wie oft ich ihr auch erkläre, dass ich mit dem Leben, das ich führe, glücklich bin. Sie glaubt mir ja doch nicht. Ständig kommt sie mir mit meinem Alter. Schließlich werde ich nächstes Jahr schon 30.« Entnervt fuhr ich mir durch mein etwas länger als schulterlanges hellbraunes Haar, so wie ich es immer tat, wenn ich eine Situation zu überspielen und mich zu beruhigen versuchte. »30 ist aber auch ne Hausnummer. Ich meine, danach kannst du einpacken. Aus und vorbei, sag ich dir.« Rachel sah mich toternst an, während sie das sagte, nur um im nächsten Moment schallend zu lachen zu beginnen. »Reg dich ab«, sagte sie schließlich, kam zu mir hinter den Tresen, auf dem meine alte Registrierkasse stand, und klopfte mir auf die Schulter.